Die Wärmebildkamera der Bergwacht zeigt das ganze Brandausmaß auf dem Schwarzenberg in Oberaudorf. Auf einem geschätzten Gebiet von rund 500 auf 300 Metern glimmt der Boden. Ja, das ist so, das ist ein torfiger Boden, unten drin ist der Fels, dann Torfbesatz drüber, das brennt unterirdisch, macht irgendwo auf. Dann haben wir wieder Brandentstehung, die Bäume sind sehr, sehr trocken. Wir haben immer wieder, man sagt, verpuffende Bäume gehabt, die auf dem Schlag komplett in Brand gestanden sind und das hat es natürlich schwierig gemacht. Seit circa 4.45 Uhr am Freitagmorgen regnet es hier im Landkreis Rosenheim. Ein Segen für die zuständigen Einsatzkräfte, welche den Brand bekämpften. Der Regen war hilfreich, aber ist noch nicht ausreichend. Es wird mit Sicherheit noch dauern. Wir hoffen, es wird noch zwei, drei Stunden weiter regnen, dann merkt man wirklich spürbar was, ansonsten müssen wir massiv wieder einfliegen. Der Boden ist so trocken wie die letzten Wochen, der ist einfach abweisend, das heißt, das Wasser dauert einfach, bis es eindringt. Das zuständige Landratsamt Rosenheim hat bereits am Donnerstag um 17 Uhr den Katastrophenfall ausgerufen. Das war gestern Nachmittag nach Lagebesprechung und nach Wetterbericht, dass einfach hier die Situation so ist, dass einfach hier mit den örtlichen Kräften das Ganze nicht mehr zum Bewältigen ist und auch die angesagten Sturmböen das Ganze nicht mehr kalkulierbar machen, sodass wir einfach hier Kräfte und Hubschrauber größeren Ausmaßes benötigen und hier halt dann den K-Fall ausgerufen haben, um einfach aus Sicherheitsgründen hier in der Risiko einzugehen. Insgesamt neun Hubschrauber versuchten, das Feuer in den Griff zu bekommen. Aufgrund anhaltenden Regens und einer starken Wolkendecke war ein erneuter Flug bisher nicht möglich. Da gibt es eine extra fliegerische Einsatzleitung, denen werden die Hubschrauber zugeteilt und dann war das in zwei Höhenschichten organisiert. Die kleineren Hubschrauber haben versucht, das in die Teller, in die Schneisen, in die Schluchten einfliegen und kleine Brandnäster ausmachen. Und die großen Hubschrauber sind da rüber geflogen und haben eben großflächig Wasserabwürfe gemacht, um die Ausbreitung zu verhindern. Die bisherige Brandursache noch völlig unklar. Natürlich kann eine Glasscherbe so etwas auslösen, ist jetzt da oben in dem Gelände relativ unwahrscheinlich eigentlich, weil es halt einfach sehr steil ist und felsig durchsetzt. Blitzschlag kommen wir über diverse Anwendungen auswerten, letztendlich schauen, ob Blitzeinschläge in dem Bereich waren. Ansonsten ist die Ursache schon relativ schwer. Rund 250 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Bergwacht und Rettungshelfern sind derzeit noch immer im Einsatz. Ja, das sind einfach steile Felsen. Also wir haben da 60, 70 Grad Gefälle drin. Man kann da selbst für geübte Bergsteiger, ist das eine Herausforderung. Und natürlich für Feuerwehrkräfte oder auch normale Bergwacht, für Mitarbeiter keine Chance. Es ist auch nicht eingebaut, auch jetzt nicht. Wir können ja nur bis zum Rand hin arbeiten und das muss gesichert passieren. Jetzt ist es nass, es regnet, es ist sehr rutschig das Ganze. Also momentan haben wir die schwierigste Situation für die Einsatzkräfte. Derzeit ist noch unklar, wie lange der Katastrophenfall im Einsatzgebiet erhalten bleibt.